Einen wunderschönen guten Tag meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zockopf und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Call of Duty Ghosts. Team Deathmatch, ne? Gut, mal gucken, ob ich irgendwas hinbekomme. Ich glaube. Ich glaube nämlich nicht. Nicht wirklich. Wer fehlt dem? Paum. Warte, 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 warte. Ich bin nicht der Erste, der stirbt. Ich werfe auch mal irgendwas. Ja Gott, von hinten. Ah, du Stück, du. Okay, passt schon gut. Warte, lass mal gucken. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Wo? Wo? Wo, wo, wo? Lächerlich, lächerlich. Ich traue mich schon immer aus. Super, aber nicht dank mir, sondern ich habe noch keinen einzigen gekillt. Holzfällerlager, das ist hier. Wow, wow, fuck. Ah ja, genau, wenn ihr, weiß nicht. Einen Kiel habe ich, wenn ihr euch einen Pro-Gamer da erwartet. Pst, 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 ich muss nachladen. Ich renne jetzt sicher nicht so. Wenn ihr euch einen Pro-Gamer erwartet, einer der das wirklich gut kann, dann seid ihr bei mir falsch. Ganz ehrlich. Ich sag's für sie's. Ich bin jetzt nicht der Beste, aber bestimmt auch nicht der schlechteste Spieler. Ich. Akzeptabel, hätte ich gesagt. Würde ich sagen. Ach Gott, ich war gerade im Nachladen. Ja, ich würde so sagen, ich bin so gutes Zwischending, ne? Also man könnte mit mir zocken, man will es aber nicht unbedingt. Gott. Oder? Eure Meinung. Da snippert einer. Jetzt sind alle da. Alle sind da. Snippert da wer? Warte, pass auf. Gott, ich hab den doch gerade kappt. Ach, aber einen hab ich gekillt, ne? Das ist gut. Wir picken alle ziemlich nah aneinander. Das ist... Oh no. Oh no. Ja, alle sind dieselbe Stelle. Ich muss von woanders. Das geht sonst nicht. Ich hoffe, der kriegt mich nicht. So, warte. Wow. Lächerlich. Okay, wir müssen tun. Wow, was war denn jetzt? Entschuldigung, ich bin extrem überfordert gerade eben. Ist ja lächerlich. Wow, wow, wow. Fuck. Keine Chance. Keine Chance hab ich hier. Aber vielleicht krieg ich den runter? Eher nicht, ne? Eher nicht. Ich bin ganz schlimm überfordert gerade eben. Das ist lächerlich. Lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Was tue ich denn? Wir haben nicht die geringste Chance. Aber gar nicht. Warum mach ich das nicht? Oh, fuck. Ja. Kack, Heli. Echt? Mein Wachturm. Ich seh niemanden. Unten. Oder. Der Heli ist weg. Da hinten. Fuck, fuck, fuck. Lächerlich. Ist er tot? Gut. Scheiße. Kommt der von hinten? Von wo? Da. Da, da, da. Hier. Warte, warte, warte. Die kommen gleich. Da, von der Seite kommen die. Oh, wir haben verloren. Niederlage. Okay, das war schlecht, Leute. Ja, komm. Die hatten den Heli. Dann noch was. Und noch was. Und noch was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Zum BAM werden war das ja gar nicht so schlecht. Oder? Hm? Ich weiß nicht. Vielleicht doch ein bisschen schlecht, oder? Okay. Macht nichts. Ich denke, ich hätte gesagt, passt schon. Kann man lassen, oder? Ich hoffe, dass es augeofλά. Ich hoffe, dass ich hier bei uns爸ửu, Vielen Dank.